Bühne frei für Mick Lefczyk. Regie René Polesch. Der Autor und Regisseur René Polesch prägt mit seinem Pop- und Diskurstheater das deutschsprachige Theater auf einmalige Weise. Er verwebt in seinen Texten Theorie, Revue-Elemente und Slapstick zu unnachahmlichen Theaterabenden. Diese entstehen nicht in solistischer Autorenarbeit, sondern René Polesch schreibt parallel zu den Proben. Auf diesen nimmt man sich ausführlich Zeit für Gespräche, fast täglich verfasst René Polesch daraufhin neue Texte, die er mit den Spielern überprüft, verwirft und neu arrangiert. Dieser Prozess wird bis zur Premiere fortgesetzt. Der wichtigste Filter ist dabei die Kompetenz der Spieler, wie René Polesch es nennt. Das heißt, ihr persönliches Wissen und Interesse im Hinblick auf das, was verhandelt wird. Während der Proben liest man gemeinsam zeitgenössische Autoren, in dieser Produktion beispielsweise Judith Butler, Robert Faller oder Boris Kreuz. Für den Zuschauer sind René Poleschs Texte nicht selten eine Überforderung, denn sie werden teils schnell gesprochen oder wechseln rasant den Sprecher, die Sprechhaltung und das Thema. Die Schauspieler spielen dabei keine klassischen Figuren, der Abend folgt keiner Narration. René Poleschs Theater wird häufig Diskursteater genannt, denn die Texte sind immerfort informiert an soziologischen oder philosophischen Texten und Thesen. Was nicht heißt, dass sie nicht sehr unterhaltsam, teils brüllend komisch sind. Diskurs und Komödie sind gleichermaßen Herzstück von René Poleschs Theater. Wichtigster Ausgangspunkt ist dabei meist das Bühnenbild. Der Bühnenbildner Bert Neumann, der letzten Sommer überraschend verstarb, hinterließ die Idee, ein Bühnenbild von 1948 auf den Zürcher Pfauen zurückzubringen. Dieses Bühnenbild schuf Kaspar Näher für Berthold Brechts Inszenierung der Antigone, aus der auch das berühmte Antigone-Modellbuch hervorging. Barbara Steiner, die Neumanns Idee in Zürich realisierte, baute somit ein großes Bühnenzitat. Das Bühnenbild ist ein Ready-Made, wie es René Polesch nennt. Und Bert Neumann schuf über diesen Umweg die ungewöhnliche, vielleicht einmalige Situation, dass sich René Polesch, Paradebeispiel für das sogenannte postdramatische Theater, in diesem Stück mit einem dramatischen Text beschäftigt, mit Berthold Brechts Antigone-Bearbeitung. Berthold Brecht kommt 1947 aus dem amerikanischen Exil zurück nach Europa und weil es gute Beziehungen zum Schauspielhaus, zu Oskar Welterlin und Kurt Hirschfeld gibt, wählt er Zürich. Der Kura-Theaterintendant Hans Kuriel engagiert ihn für die Antigone-Inszenierung. In Brechts epischen Theater wird daraus eine strenge, anti-illusionistische Inszenierung, die bei Presse und Publikum durchfällt. Sie bringt es auf gerade mal drei Vorstellungen, sowie ein halbvolles Martin-Negas-Spiel im Zürcher Pfauen. Trotzdem gehört Brechts Antigone-Modell 1948 zu den bestdokumentiertesten Inszenierungen der Theatergeschichte, denn aus zahlreichen Fotos, ausführlichen Notizen von Regisseur und Bühnenbildner, sowie den sogenannten Brückenfersen wird ein Modellbuch erstellt. Brecht wollte eine Modellinszenierung schaffen und sie damit nachvollziehbar und wiederholbar machen. Das Stück von René Pollesch nimmt die Idee, diese Modellinszenierung nun wieder auf die Bühne zu bringen zum Ausgangspunkt. Dabei gerät man in den für ihn typischen mitreißenden Strudel der Konversation, in dem Identitäten, Rollenzuweisungen und Namen im ständigen Wechsel sind. Eine Gruppe von Schauspielern versucht Berthold Brechts Modell auf die Bühne zu bringen. Sie haben aber schon nach wenigen Zeilen eigene Einfälle, die sie abschweifen lassen oder sie stoßen auf Uneinigkeit in der Interpretation des Stoffs. Dabei vermischen sich Proben und Aufführungssituationen, Tragödie und Komödie, die Spieler wechseln zwischen Vorder- und Hinterbühne hin und her und auch Leben und Theater sind bald nicht mehr klar voneinander trennbar. Ausgehend von René Polleschs Originalitätskritik untersucht der Abend auch die Sprache als Zitat oder Ready-Made und solche Momente, in denen Sprache im Sinne eines Sprechaktes, wie zum Beispiel das Ja in der Kirche oder der Urteilsspruch vor Gericht, zu einer Handlung wird. Es wird aber auch das Verhältnis von Tragödie und Komödie besprochen. Und wenn immer wieder gefragt wird, worum geht es in diesem Stück, dann meinen die Spieler natürlich nicht nur das Stück, sondern immer auch das große Ganze. Und jetzt? Vergessen sie all das rasch wieder. Nein, wirklich. Einführungen, Programmhefte und Vermittlungsprogramme erzeugen eine Deutungshoheit, die den Blick auch beschränken kann. Viel wichtiger ist es, dass sie selbst herausfinden, wovon dieser Abend erzählt. Gute Unterhaltung! Gute Notdruh Untertitelung des ZDF, 2020